Hi Leute, ich war gestern auf der Party und ich hab ein bisschen was getrunken. Jetzt bin ich aufgewacht und ich weiß nicht was los ist, aber das ist okay, denn ich war schon immer ein sehr, sehr großer Fan der Seemannhaftigkeit. War ich nie, aber ich angle gerne. Vor allem Fische wie diesen Hai hier zum Beispiel, aber ich glaube da haben wir noch ein wenig Zeit für. Wir spielen heute nämlich Raft. Ich hab's mir hier auf die Hand geschrieben. Es wurde sich gewünscht von jemandem, wobei der, man sieht es kaum, ne? Aber, also, jemand hat's mir auf die Hand geschrieben, um auf jeden Fall sicher zu gehen, dass ich das hinbekomme. Und wir sind hier sozusagen gestrandet, mehr oder weniger, ohne Strand, auf einem Floß hier mitten im Wasser. Und haben hier einen Haken, mit dem wir uns, wenn wir mal irgendwas geschissen bekommen, Eben. Oh, wir haben sogar irgendwo was geschissen. Wir kommen jetzt hier, komm. Wir können uns hier auf jeden Fall ein bisschen treibenden Kram erst mal hoch... Oh, 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 oder? Ihr habt den Hai gesehen. Ich sollte hier ein bisschen besser aufpassen und treffsicherer sein. Skillshot Ich glaube, es gibt keinen Menschen, das es schlecht ist in diesem Spiel So, man kann sagen, das Ganze ist ein Survival Game Ah, okay, okay, okay Das Ganze ist ein noch sehr junges Projekt Ein Kickstarter-Projekt, was, glaube ich, recht erfolgreich sein wird Weil es, ja, mehr Hype genossen hat Beziehungsweise, vor allem, wahrscheinlich noch genießen wird Als, äh, es, glaube ich, erwartet war Und als sehr viele andere Und, äh, den macht, glaube ich, das wird hier tatsächlich Was, das Ganze gibt es kostenlos zu spielen Sehr innovative Idee, wie ich finde Sehr innovative Idee Hat ein bisschen was von Skyblock Von Skyblock in Minecraft, erinnert es mich Man fängt auf so einer kleinen Insel an Hier hat man natürlich keinen Cobblestone-Generator Aber Man fischt sich hier mal die Dinger Huch, die hier über das Ding schwimmen Ja, Early Access Alpha Voll okay Wollen wir angeln uns mal den Hai Irgendwann angeln wir uns Ja, ja Warte, irgendwann, irgendwann machen wir das Ähm, wir stappen uns jetzt ein wenig, äh, gut Weil wir darin sehr gut sind Kappa Ja, ja Das ist übrigens ein mega geiler Haken, ne Also, wenn ihr mal irgendwo gestrandet seid Wenn ich diese Haken Will ich ja dann Guck mal, das waren zwei auf einmal Weil ich bin krass Hey, hey Hey So Hey, 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 hey Jetzt angel ich ihn Ah, da Dich, dich, dich Dich essen wir noch, ja Dich essen wir noch Ich finde, die Sounds könnten ein bisschen Ein bisschen erweiterter sein Aber gut Alles Early Access Das wird noch alles besser Wir sind ein bisschen leise, ne Ja, es sind einfach wenige Sounds, glaube ich So Wir werden uns gleich mal an erste Strukturen machen Ja Der beste Haken der Welt Wollen wir mal ein bisschen den Hai provozieren Schönen guten Tag Hey Hi, hey Hey, hey Hey, oh, scheiße Kommt mir hier nicht zu Ich angel ihn Ui, da schlägt er zu Mit dem Hook Ich bin krasser als Mr. Krabs Weil Mr. Krabs einen Haken hat Irgendwo bestimmt Oh Bro Du hast mich ziemlich erschreckt Weißt du das? Oh man Was war das? Ich, ich Oh War wohl doch kein Bug Lass uns das ersetzen Mal schauen, was können wir hier denn basteln? Used to expand the raft Okay, um das zu erweitern Ah, jetzt verstehe ich Okay, lass uns noch ein bisschen angeln Ja Diesmal haben wir das fast, ja Und ich glaube, uns geht es echt ein bisschen scheiße Wir sollten uns vielleicht echt Mal ran machen Dass wir Summer Okay Uns fehlt dieses eine komische Ding da Ich kann das nicht ganz definieren Aber Wir werden das bekommen, Freunde Wir werden das bekommen Nicht hier Oh, Palm Seeds Das ist ja mega cool Ich kann mir einfach Palme auf einer Insel einbauen Einbauen Das ist mega cool, oder? Irgendwo Irgendwo fände ich es sogar schön, so gestrandet zu sein Auf so einem Ding Das ist das weite, offene Meer Okay Vielleicht Dach holen wir uns auch noch, ja Prall wie die Sonne hier runterscheint Aber gut Ähm Gerade so im, im, im Winter, ja Ich, ich bin ja kein Gerne winterlicher Mensch Das ist natürlich besser, wenn Schnee da ist Klar Was, was ich sehr schön finde heute Aber Huch Nur Wasser Aber Im Sommer mag ich mehr Vor allem, weil ich im Sommer fahren kann Noch zwei Rädern im Winter Ist es nicht so cool Okay Jetzt können wir immer noch nicht expandieren Was ist das überhaupt? Das sieht aus wie ein Gedärm Will ich überhaupt wissen, was das ist? Okay Ich, ich glaube, ich fände du es dir ein bisschen Eben Das wäre echt nicht so cool Vielleicht sollten wir gleich mal schauen Ob wir irgendwas dagegen tun könnten Ich glaube Hier aus dem Wasser trinken Wäre keine gute Option Okay Wir schauen mal, was man machen kann Oder Angel Das ist cool Ah Huck Das ist cool Das nicht Äh Ähm Lass, lass mich Lass mich bitte Äh, was soll Was, was Kleiner Zwischenkommentar von mir an der Stelle Ich habe genau in dem Moment auf diesen Button, auf dem ich noch nicht war gedrückt Als der Game Over Screen kam Also der Moment, in dem ich starb Demnach dachte ich, ich hätte den Knopf gedrückt, wäre irgendwie bei einem Ich kann hier raus Menü und hätte nur die Möglichkeiten Und keins zum Continuen Äh, ich habe nicht gecheckt, dass ich gestorben bin Äh, äh, was, was, was soll ich tun Äh, öh Ich habe gesaved, okay Machen wir mal Musik an Scheiße, es ist weg Okay Dann machen wir das einfach nochmal Ich weiß nicht, ist das gerade eine gute Idee Ich glaube, wir sind wieder am Ausgangspunkt Äh, nur, dass wir weniger Durst haben, ja Man kann sagen Es ist ein Fortschritt Ich, ich verstehe nicht mal, was das ist Ist, ist das Gedärm Das sieht aus wie Gedärm Ist das, ist das, ist das Gedärm Oh, oh, so ein Becher ist, glaube ich, nicht schlecht Ah, Rope, okay Das ist Rope Ach, das können wir Oh Ich verstehe Ah Ich verstehe Oh, eine Angel Ah, ich verstehe Aha Ja Da haben wir schon mal was gegen diesen Blödsack da So Ja Okay, lass mal was gegen unseren Durst machen Hi, komm her, du Drecksau Ja, komm her Komm Komm her Okay, besser, besser nicht Besser nicht Bleib ruhig da Ey, stell euch vor Man könnte mit dem einfach so Durch die Gegend surfen Aber draufschmeißen Das wäre voll lustig Oder wenn man das Ding zähmen könnte Das wäre eine gute Funktion Ich glaube, das wäre auch nicht allzu unrealistisch Also Dass das in dem Spiel passiert Real life, ich weiß nicht Ob ihr schon mal ein Hai gezählt habt Aber wenn Dann schreibt es mir bitte in die Kommentare Ja, ja Und ich glaube, ich habe auch genug Um hier mal Huch, alle Eine Station zu machen So Und dann Schaut mal, ich bin Profi Wird ziemlich verar- Game Ach Ach So Ich bin gestorben Ah Ich stück Scheiße Da steht Game Over Ah Ich habe schon wieder Versagt Okay Nächste Runde